Herzlich Willkommen zur 89. Folge von Europa Universales 4 mit England. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in dieser Folge. Und zwar werden wir jetzt hier Truppen ausheben, das ist schon mal klar. Und der Tarn hat mir den nicht schon beschwichtigt, haben wir noch gemacht, oder? Okay, geht da noch was? Die Zelle reduzieren, der ist jetzt hier bei 69%. Komm, reduzieren wir mal, aber das hat auch nicht so viel gebracht. Na egal, lasst uns dann weiter zuschauen, dass wir die Zeit laufen lassen. Weil wir brauchen jetzt erstmal wieder Einheiten, um dann den Kampf da unten anzunehmen. Okay. Das ist der richtige Weg. Und Großbrittern hält. Na los, zack, nehmen wir das, egal. Und das nächste besetzt, dann kommen hier die Truppen raus. Wir haben noch welche ausgehoben, naja. Hier zieht man es. Okay. Die einen war mal da. Nein, lehnen wir ab. Die zwei noch dazu. Das sind dann schon vier. Die rufen wir auch zusammen. Oh, da kommen gleich neuner. Das ist nicht gut. Dann lasst die mal schnell hochgehen, damit diese hier noch alle dazukommen. Okay. Kommen wir schnell zusammen. Weil einzeln habt ihr keine Chance. Aber zusammen vielleicht. Und da müssen wir auch noch einen Anführer rausbringen, sehe ich gerade noch, den haben wir auch noch nicht. So, dann ist es schon ein bisschen besser, ne? Und den noch dazunehmen. Komm schon. Zock. Nein, den war ab. Boah, da sind jetzt 16. Auch sehr schön, ne? Bündnisangebot. Oh Mann, ey. Kohle alle. Geht also nichts mehr. Bündnisangebot. Machen wir doch mal, oder? Interessanterweise, obwohl wir im Krieg sind, gibt Lüttich uns ein Bündnisangebot. Aha, sehr schön. So, da sind nur neun. Haben wir denn noch ne Flotte? Ja, da unten. Aber die können wir gerade nicht aus dem Hafen wahrscheinlich rausholen. Weil sonst funktioniert es nicht, ne? Staatsehe. Akzeptieren wir mal auch. Das lehnen wir ab. Ja, da geht noch was. Mit besetzt. So, und die kommen wir vorbei. Okay. Jetzt haben die die angegriffen. Super, läuft. Und die sind auch gleich geschlagen, weil die können nix. Ja, läuft, ne? Können wir echt in der Tonne knicken. Ja, gut. Da ist auch noch ne Einheit, die da kommt. Hm, die laufen hin und her. Hm, die laufen hin und her. Das kriegen wir auch nicht mehr an der Seite. Die kämpfen wieder wie die Nullen. Können wir ablehnen. Ja, da geht die Stabi runter. Läuft, ne? Ne, da war das nicht. Da war das. So, da geht nix mehr. Da haben wir noch ein paar Dukaten gekriegt. Ne, da ist tatsächlich nur eine Einheit. Und die geht gleich da kaputt, weil die angreift. Okay. Ja, hier gehen so viele Fenster auf, da weißt du gar nicht, wie du alle machen sollst, ne? Schlacht verloren von Inverness. Hamburg besetzt schon wieder was. Stabilitätseinbruch. Okay. Ja. Hier unten können wir noch was machen. Das kannst du ablehnen. Wieder Stabi eingebrochen. Geht nicht. Ja, bringt gerade gar nichts. Ja, kannst du laufen lassen. Ja, toll. Da sind viele Sachen hier. Alles besetzt. Und das können wir nicht mehr ablehnen. Wir müssen akzeptieren. Und so sieht das dann aus. Ja, toll. Ja, dann war es das da. Florida mal Fundland. Läuft. Das war dann ein Satz mit X. Das war nix. Und doch eine Truppe hier. Also ich weiß gar nicht, warum das mir mal so schnell hier ist. Auch mal die Unruhen, ne? Ja, jetzt kommen die Gewehre, ne? Ja. Das haben sie aber auch nix mehr gebracht. Die Stabi wenigstens ein bisschen hoch. Waffenruhe. Waffenruhe. Wirklich. Wirklich. Und. Das geht aber alles. Wird ich so sehen. Und da, den wird man fertig. Okay. Okay. Ja gut. Weiter. Ja gut. So. So. Ein paar Einheiten bauen. Handelsposten gebaut. Da kam gerade wieder ein bisschen Geld rein, aber. Ja. Können wir die zusammenziehen? Können wir die zusammenziehen? Fertig? Können wir? Nein, können wir nicht. Neunzig. Neunzig. Macht brauchen wir. Neunzig. 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 Ok. Wie war das? 95er? Aber das ist ja doch hier. 98er mal, ok. Ne, das war falsch. Das wollten wir gar nicht. Wir wollten das hier. Künstler gestorben. Ok. Kämpfte Nachfolger. Wannenburg, ok. Spawned your near shiver. Ah ne, da hast du Handelsbosten, alles klar. So, dann kommen wir hier einen. Wenn die dann alle da sind. Und jetzt kommt auch noch. Das ist eine Einheit mit 10. Also fast nix. Können wir noch wieder einbauen hier. Und dann so ein bisschen aufs Geld achten noch. Wir müssen noch mal was zurückzahlen, glaube jetzt, ne. Hatten wir ja Kredite. Können aber nix töten, weil nicht 300 Euro da sind. Oder Euro ist gut, ne. 300 Thaler. Jetzt müssen wir mal ein bisschen sparen, ne. Wir kommen denn hier rein. 7,3 Südus. Das ist ne schöne Summe. Machen wir mal so, ne. Freiheitsstreben wieder. Untertan individualisieren. Super, oder? Da ist nix drin, ne. Das kannst du alle vergessen. Freiheitsstreben ist auch 51%. Das geht noch. Gibt schon immer was. Da können wir auf jeden Fall das machen. Und hier geht da noch einer. Ja. Wollten Geld sparen, ne. Um Kredit abzubezahlen. Haben gerade aber wieder Geld ausgegeben. Passt nicht so ganz, was wir da gerade machen. Äh. Freien Berater. Na komm, egal. Nehmen wir den. Da ist noch einer gestorben. Den können wir jetzt nicht. Steuereinnahmen global. Das sieht doch toll an, oder? So. Darlehen verlängert. 42 Taler nur auf dem Konto. Ja, 95. Fehlt noch was. Okay. Kannst du sowieso nix machen. Einfach nur anklicken für ja. Gut. 87. Wir brauchen 300, oder? Ja, das. Wie ist hier. 52 geht noch, ne. Gibt schon was Schlimmeres. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Vor allem Transportschiffe, ne? Ja. Ja, hier ist jetzt Flaute sozusagen, ne? 132. Wir brauchen 300, um Kredit abzubezahlen. Bringt uns also auch nicht wirklich weiter. Das kleine Lüttich hat drei Lündereien. Und da denn er verlängert nicht erhöht. Tja. Stabil können wir nochmal erhöhen. Dann sind wir bei 0. Das ist schon mal gut. Oh, da gab's irgendwie ne Menge Geld gerade. Aber es sind nur die 37 gewesen, ne? Oder 31. Ich weiß nicht genau. Können wir nochmal gucken. Ach, jetzt sind es nur 28. Ja. Lassen wir jetzt laufen, bis wir die 302 hier mal zusammenkriegen, damit wir was abbezahlen können, ne? Äh, da war das. Dort ist das. Und 302 tilgen dann, ne? Zwei Runden, glaub ich noch. Da müssen wir hinkommen, oder? Ne? Ein bisschen mehr. Drei. Kastieren. Na dann. Ach, das war bestimmt drüben. Der Rücküberoberungskriegsgrund. Gut, jetzt noch eine Runde dann können wir ab... Ne, ich glaub zwei Runden, oder? Nein, reicht nicht. Starts mal, okay. So, der letzte Jingle und dann ist es soweit. Ja, jetzt können wir das abbezahlen, ne? Und weg ist er. Jetzt haben wir noch drei. Da müssen wir dann beide sparen. Gut. Jo, aber ich würde sagen, wir machen mal hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.